Willkommen in der Zukunft. Digitalisierung ist die Chance unseres Lebens. Durch neue Technologien haben wir die Möglichkeit, Herausforderungen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung zu lösen, für die wir momentan nicht mal ansatzweise die Instrumentarien haben. Das funktioniert aber nur, wenn wir als solches nicht nur die technischen Dimensionen anschauen, sondern auch das Thema Mensch mit einbeziehen. Im Sinne der sozio-technischen Perspektive bedeutet dies, wir können nur bei Technologie gemeinsam erfolgreich sein, wenn wir auf Seiten der Menschen auch Akzeptanz genau für diese Technologien kriegen. Aufgrund der exponentiellen Entwicklung von Technologien dürfen wir nicht damit rechnen, dass die Welt morgen so aussieht, wie sie heute ist. Unternehmen, die jetzt nicht investieren in digitale Geschäftsmodelle, laufen Gefahr als solches, morgen nicht mehr am Markt zu sein. Man darf nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn man eine Technologie verpasst. Aktueller Erfolg ist keine Garantie für zukünftigen Erfolg. Das, was wir brauchen heute, ist das Folgende. Wir brauchen neues Denken und zwar nicht nur ein bisschen anders, es muss radikal anders sein. Mit dem bestehenden Denken werden wir nicht in der Lage sein, Zukunft zu gestalten. Wir werden nicht als Unternehmen in der Lage sein, langfristig am Markt erfolgreich zu sein. Wir haben gerade sowas wie den perfekten Sturm für die Lebensmittelindustrie. Wir können als solches auf technologischer Seite alternative Produkte anbieten. Konsumenten fragen die Produkte zunehmend nach, weil sie in der funktionalen Sicht äquivalent sind. Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung und Co. in Verbindung mit exponentiellem Bevölkerungswachstum kommen wir nicht umhin, Ernährung radikal neu zu denken. Können Sie solchen Informationen vertrauen, die Ihnen von Unternehmen auf Webseiten präsentiert werden? Nein, können Sie nicht. Sie wissen nie, ob das die richtigen Informationen sind. Das, was Sie hier sehen, ist Transparenz. Und Transparenz ist einer der wichtigsten Schlüssel, um Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen. Und jetzt denken Sie daran, wo wir technologisch stehen im Vergleich zu vor 50 Jahren und wo wir morgen stehen werden.